Zeigst du mal deinen Arsch, deinen kalten Rücken? Was wollte man heute eigentlich machen? Ähm, na ein bisschen Zeug noch für Horde und so, ne? Heute ist Horde. Was ist denn jetzt schon her? Ich weiß, ich weiß. Jetzt geht's los. Bitteschön. Äh, ach so. So, herzlich willkommen zu unserem neuen Stream. Heute am Freitag. Mit der Horde. Und mit der Mörderin, ja. Ach so, geht das, ja? Ähm, Ausrufezeichen Multi. Alles gut, ja? Wie geht's denn, ne? Hat er angemacht jetzt? Ach so, das hat er, ja genau. Oh, bist du verwirrt? Bist du eigentlich? Ja, na ja, das ist, na ja. Na du, na du, na du. Da, die Nächsten lasse ich für dich. Standen hier schon immer Autos? Nein, da sind die wieder gesprungen. Aber warum? Na, weil sie können. Das ist aber nicht gut, wenn hier Autos sind, ne? Ja, äh, was willst du machen? Na, nachher wieder weg. Ich hab das Programm nicht geschrieben. Nachher wieder weg. Ja, du musst mal deinen Ton ausmachen von Twitch oder so. Ei, Ei, Chef, hab ich. Oh, Aschmiranira, hallo. So, ähm. So. Einen Abend, Herr Rockdorz. Hallo. Schön, dass du da bist. Ist eher da. So, was brauchen wir? Stahl und Stahl. Und, ähm. Stahl. Ja. Warten, hast du nicht gelootet, die Autos? Warten, hast du nicht gelootet, die Autos? Und mit dir los? Ja, ich bin nicht Geier, du? So, ähm. Aber ich lass mal abbauen schon mal. Wo ist der Gerät? Gut. Guten Abend, Pippi. Hallo, Pippi. Ah, du juckst. So, naja, ähm. Äh, äh, äh. Wolleis, wie waren wir? 35 und 36 oder irgend so, ne? Oder 36 und 37. Habt ihr da nicht gesehen? So. Ich hab... Ach so, ich hab... Ach so, ich hab sechs und acht Jahre, genau. Wir hatten die hier teilt schon, ne? Ähm. Kfz-Team und eine Batterie. Ne, dann kann ich auch bestimmt noch ein paar bauen, ne? Ne, dann kann ich auch bestimmt noch ein paar bauen, ne? Kfz-Team und eine Batterie. Ah. Ah. Ah, guck. Schon wieder eingeschissen. Zwei, was fehlte noch? Die können es. Boah, da muss ich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, ne, du brauchst ja Punkte. Geh, komm mal. Wegen dem Besuch? Hm. Ja. Ah, ne, du brauchst ja Punkte. So. So, nach Horde werden wir mal ein bisschen Händlerarbeit machen, oder so, ne? Naja, umräumen müssen wir auch. Oh, Entschuldigung. Ja, gut, wenn wir soweit sind, umräumen noch. Wir müssen ja erstmal noch was stärken. Oh, haben wir Batterien, ey? Ja. Ja. Weil Wände müssen wir noch anmalen. Und so, ne? Ja, ja. Also das musst du vorher machen, bevor wir da irgendwas reinstellen, ne? Ja, ja, eben, eben, ne? Weil du hinter so eine Werkbank unten kannst du nicht malen. Ja, nee, ja, 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 ja. Komm, schlägt dran, sag mal so. Ja, ne? Ah. Ja, ne, ne? Da musst du dir so bücken. War auch schmücke schon, ja. Und du bist so schwer, ne? So, ich hab noch eine Blase bei. Der ist immer drin, der ist immer drinnen. Der ist auch immer drinnen. Der ist auch immer drinnen. Ja, ein zweiter brauchen wir uns in der alten Schmiede, äh, hier so, so. So Schmiedebecher hier, so. Schmiedebecher, hier so. Schmiedebecher. Schmiedebecher. Spiegel, 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 Spiegel. Spiegel, 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 Spiegel. So. so einmal holz habe ich so tot so so eisen und leben brauchen aber ich habe ja erstmal erstmal hier ein bisschen erst mal ein bisschen hochwerten hier braucht haben gras in seinem kopf nicht Da, ich bin ja noch mal auf. Scheiße, mal einen. Ja, ohne den hier. Wir tropfen noch mal eine Tasche. Die Hose, wir machen das erst mal fertig. Das machen wir fertig. Fertig, fertig. Ist das hier rein? Was? Also hier waren ja sogar noch welche drin, ey. Den habe ich gar nicht rausgenommen. Ey, Alter, ich habe... Was denn? Na. Ich habe Stahl angesetzt, aber habe es nicht rausgenommen aus dem Ofen. Ja, ist hier. Ach, kommt schon. Kommt schon angestöhnt. Oh, eine eigene Tasche. Komm noch weg. Machen wir mal hier. Komm wieder rein. Äh, ein Müschen, kommt wieder rein. Bier. Kaffee. Bohnen. Zack, die Bohnen. Scheibenwaffe, die brauchen wir jetzt erst mal nicht, ne? Hast du ja gesagt. Was ging denn los? Was ging denn los? Oh, warte. Äh, nein, da. Und? Oh, wo? Ja. Habt ihr genug Munition? Naja, ich bin ja noch am Kochen. Ähm, am Machen. Auch Müschen und Spitzen. Also, ich habe 1909er und 1845er. Naja, ich habe, was habe ich, 1109 Millimeter und 1109, paar zerquetschte, 27, 16 Jahre. Und? Wir sind mit dem Rest muss jetzt noch so kümmer machen. Äh, äh. Äh. Scheißspitze. Ach so, wie der noch nicht kommt. das sieht später wisst ihr nicht im stage ist nicht gerade wenig gesundheit ist er gewünscht ich habe es allerdings habe ich ausgestalten gerade mit was schießt du also mit der pistole als du hast du reparaturkitz dafür ja okay genug ja 1 und 4 für die andere mit dem kopfschuss modus spart man motion wenn man den kopf trifft ja ist bei mir wenn ich bin ich bereit wenn ich wenn ich schon vom aussichtsraum springen bin ich auch bereit mit deinem letzten molotov und dann renne ich brennend in die horde ich denke da die hand kann auch seine tasche naja oder soll sich ja lohnen und wo dieses hat die öl das ist ja anstrengend hier war kopf arbeiten das ist ja ein bisschen scheiße da hier hatte ich gar nicht ein lebeband das ist ja das ist ja nur so hoch und wo ist es denn jetzt als 10er tonnen Ich bitte ein Zeichen und ich klippe das dann. Okay. So. Aus. Tunenpaar. Nehmen Sie. Äh, so. Noch. Schmiede das Abwesen. Und reißen, ich mach's noch nicht teuer. Alle. Wieder alle. Hab ich schon das verwertet schon wieder. Ja. Was hörst du jetzt? Ich schmiede das Eisen, hab ich noch 400, brauchst du, ne? Ach, kunststoffe. Kann ich hier eigentlich? Wie geht's auch? Ich hab' die doch kein Gewehr bauen. Der Kitzel. War schon gewundert, warum ist so teuer das Stoff jetzt noch? Lagt noch keiner weiter in ihr parken. Hier ist wieder, hier ist wieder. Brauchen wir noch die? Bok, bok. Ja, noch ein Druck. Bok, 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 bok. Nee, alles gut. Brauchst du die ausgeschmiedete Eisen? Na, grad nicht mehr, aber kann ich ja. Ja, dann lege ich sie hier rein. Nö. Nö, ich lege sie hier rein. Nö, 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 nö. Brauchst du noch Pistolenzen-Repariergerät, ja? Ja, nur eins, zwei. Ich hab' nur eins. Dann hast du drei. Ähm, 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 Maschinewehr hast du ja Kinds, ne? Doch, da hab' ich aber vier. Okay. Automatik. Ja. Nimm mal, dass du bald auch hier nicht, dass es verschwindet. Achso, wo? Äh, soll ich jetzt? Wer gibt's nochmal? Dankeschön. So, geh' ich mal noch ein bisschen Lehm holen. Und dann ein bisschen Eisen. So, warte mal. Achso, hat er jetzt Spitzen gemacht? Nö, nö, nö. Ach, krank. Was war'n das hier eigentlich für ne? Hm. Ohne. Das wird schon reichen. Warum rennig irgendwie hinten mal in das Loch, kann man hier auch buddeln? So, ja. Weiß ich nicht. Dann muss mal einen Spaten. Ich muss den Spaten da rein. Der brutzelt noch. Zieh mal rein. Aber es schmelzen geht ja schnell, wenn wir es umsetzen. So, was mach' ich jetzt? Äh, extanz. Bluten. Distanz. Bergbank brauchen wir. Achso, ja. Erweitert der Schematik. Leune in den Indus finden. Da wollte ich eigentlich mit dir mal was besprechen vorher, aber wir sind dann irgendwie vergessen. Boah, kein Ex-Sippen, ey. Da ist die Dächer angemalt, hier mit deinen Kreisen. Ja, damit man das von Weitem sieht. Alter, und ich bin der Geier, hier ist alles angemalt. Ey. Ja, genau du. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du im Süden, oder? Da ist doch mein Revier gewesen. Ach, die Wesen, die Wesen, die Wesen, die Wesen. Ja, guck mal, hier ist es auch hier. Was gibt's denn hier? Da war ich noch nicht. Jetzt noch ein Stück, ich kriege den Druck. Hier ist aber schon offen, ich war auch schon in der drin. Ja, Cracke Buck habe ich schon. Ja, der war klar. Habe ich dir doch gesagt. Oh, sag' hier, Cracke Buck, da geh' rein. Na, kann ja nicht immer hinterher hängen hinter dir. Warum nicht? Nö. Na, sag' mal, ich hau' heute kaputt, kein Silber sei getrunken. Weil, das ist so ohne eine. Ich bin da drin, ich hoffe nicht. Nein, wir haben keinen. Mütler und Schätze. Was? Ja, das ist, ja, die ist komisch hier. Ach, die Bibliothek? Ja, hier war ich im Single-Player-Kam von oben immer wieder Nachschub. An Zombioten. Können wir durch? Ja, wer backert da so spät noch am Baggerloch? Das ist die Schalima und die buddelt noch. Genau, nicht backer, da hab' ja keinen Bagger. Ja, wer buddelt da so spät noch am Buddellloch? So. Oh, hier ist die Schalima und die buddelt noch. Irgendwann, irgendwann kommt Dieter Bohlen, mal gucken. Nicht? Und dann entdeckt der mich. Er sagt, oh, die brauchen wir nicht. Wie viel Leben hab' ich denn 13.000? Ach komm, einmal, komm mal zusammen. Ach komm, Mann, das ist das Eisen-Farm. Ach komm, Mann, das ist das Eisen-Farm. Oh, guck mal, hier, alles, alles voll. Nicht bluten. Was hast du voll? Hosen hast du voll? Na, da auch. Na? Hast du wieder Bücher, ey, wa? Na Bücherei, natürlich. Ja, na klar. Du wolltest die nicht anscheinend. Ja, nee, nee, mach mal. Vielleicht findest du ja den Bergbankwitzel. Ich bin der Schwarze. Ich hab' vergessen mit rein, in die Bindung reinzumachen, ja. Zu implementieren. Komm mal her, jetzt hier. Was? Nein, nö, nö. 10% mehr Schade, nein. Was ist denn da? Hä? Ja, ja, nö, nö, nö. Ich tischt was. Ich hab' das gewusst. Aber die neue Extrem, die wird dann schon, ne? Extrem, ne? Ja, extrem. Ja, nee, wenn du, guck mal, alles, was du mir skillen kannst, unter Exitus, ne? Ja. Wenn du dir erst, wenn du hier oben die Exitus mit den 10 Punkten erst vollmachen kannst, wenn du bestimmte Level hast, weil du brauchst ja, um zum Beispiel verstärkte Werkzeuge freizuschalten, sag ich jetzt mal, in der neuen dann Level 5. Vorher kannst du das nicht freischalten. Ja. Oder Level 20. Und da sind Sachen bei, du kriegst hier oben erst irgendwas mit Level 100 oder so. Wenn ich mich nicht verhört habe. Ja. Aber du kannst es irgendwann. Ja, das ist so wohl wahr. Du brauchst dich nicht aufs Finden verlassen müssen. Das ist wohl wahr. Ich meine, gut. Ja, stimmt. Dann ist das auch nicht so schnell, ne? Eigentlich ist das ja was für ein Wubener hier heute anfangen, morgen fertig. Gar nicht. Ja, gar nicht. Nein, niemals. Aber wenn ich so überlege mal, wir sind ... Hallo, Tom. Hallo, Tom. Ähm, heute Hordennacht und ich bin schon Level 55, also ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Nö? Nur sagen wir mal, ich schnell. Achso. Ne, weil ich diesmal gebaut habe. Ne, gut. Achso, ja. Level, genau. Ne, weil ich heute dieses Mal so ruhig und gediegen messe. Nöööööööö. Achso, ich boh! O, Schlangengrube, oder was? Guck ich da unten ran? Da unten ran? so wieviel leben habe ich jetzt? 23 und 25 machen wir mal voll. und dann gehen wir noch ein bisschen eisen abbauen. magira? ja? oh, halt mir eben erschrocken. hat sie eigentlich so ein zombie bei mir im zimmer stehen? ach guck mal, jetzt ist mein nightbot angesprungen. na toll. naja, egal. ja genau, mit dolby, mit dolby effekt, mit den lautsprechern hinter mir liegen ich habe. ihr hat sie aber echt bei mir hier zu angehört. wir haben sie eigentlich zusammengezogen. mein herz schlägt schon noch schneller. also schon jetzt immer noch schneller als sonst. stammt. nicht an dir, gubbener. nicht? nein. so, wer habe ich jetzt? 25. guck mal, ich habe sogar schon mehr. gut, das war. jetzt gehe ich ein bisschen eisen sammeln. muss ich jetzt mal gucken. woher fällt den eisen? kann man hier kohle und hier nitrat. und hier kohle. ist alles so weit weg? kohle. 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 k die in die pflanze. Hier ist ein Loch, oder? Bedrohung. Wir sind hier ein Loch, hab ich hier auch schon. Ach, das ist doch Dings hier. Wo Blei ist, ist auch Eisen in der Nähe, oder? Manchmal ja. So, dann gehen wir mal. Probier wieder. Oh. So auch passen, ey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, und dies brauchen wir ja auch. Wird schlafen. Ich buddel mal hier ein bisschen in der Eisen in der Blei. Buddel doch mal ein bisschen. Äh. Leiflung. Hier ist alles Blei. Automatische Waffenband ein. Du hast bestimmt du schon angefangen. Was hab ich schon wieder gemacht? Die Blei Mine. Weil die nicht auf der Karte, auf meiner Karte nicht gekennzeichnet ist. Nee. War hier etwa noch ina und hat gebuddelt? Ach, du. Nein. Das Eisen. Ich war weiter gerade runter da in Eisen. Mach mal hier mit Öl. Ich geh weiter. Ich geh weiter, das ist mir hier. Gaseball kann ich. Das war ein Jahr. Ein Schmelztiegel brauchen. Oh, wie hot it go? Äh. Wunderbar. Hier habe ich aber Angst runter zu gehen. Das ist hier voll. Scheiße. Ähm. Ach ja, hier war ich schon. Das sind ja die, die wohl nicht mehr rausgekommen sind. Hier. Haben. Ja, stimmt. Das war das Massengrab. Da hast du recht. Die dann alle in mein Loch gefallen sind. Wo die Olle, also in mein Buddelloch. Wo die Olle Schreitante kam und dann kamen sie alle von oben. Ja klar, von wo sonst. Ja. Ja. Mach doch nicht immer so was. Was war denn das jetzt wieder? Irgendwas hier rum ist. Warum finde ich eigentlich immer die Bücher Nadel und Faden? Ja. Ja, also. Hat das was zu sagen? Oh. Oh. Wo ist das denn hin? War das eine Mine? Aber das. Ich dachte der hat irgendeiner geschossen oder so. Kackviech wieder. War echt. Hab ich gut gehüpft. Ähm. 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 Ich muss erstmal nach Hause. Ach. Hier war ich glaube ich schon, ne? Ganz groß. Nein. Was jetzt? Hilfe! Das ist ewig angegangen hier. Ich weiß gar nicht warum. Äh. Ja. Und? Ja. Hm. Ne. Ich will aber Lehrerin werden. Oder Barfrau. Oder Friseusin. Oder Masseurin. Na siehste. Leg mal schon mal hin. Oder Bademeisterin. Leg mal schon mal hin. Das wär doch was. Ich im Bikini. Als Zombie. Als Bikini-Zombie. Da muss ich mit Memo nochmal reden. Ne Doktor. Ne. Wenn denn. Wenn denn Krankenschwester. Mit Straffte. Die Kacken. Die Kacken. Krankenschwester mit Straffte. Ah. Juhu. Gumm. Aber es soll warten. Und dann waren wir auch noch unkaputtbar. Gumm. Na ja. So schön oder nicht? Wegen dem Buck. Von dem Bims. Ja. Unkaputtbar. Oh. Ein hofer Lektüre hier. Das ist glücklicher Sand. So viele Wunden. So viele Wunden. So wie ich verbände. Das finden wir jetzt schon nicht auf. Doch. Vergessen sie es jetzt. Okay Schweine. Das deckt der hier auch nicht. 20 Baseballschläger-Teile. Yay. Oh geil. Kommerkant kampang. Baselball. Baselball, Baselball. Da habe ich doch bestimmt wieder irgendwas. da und wieder halt die fresse wieder so eine schreit hat dann wieder bin ich in dem loch drin die kürze schon einmal probieren herauszukommen jetzt gehen wir mal dahin man die zombies schlachten ist besser jeden sand sack ist wieder ein paar tippen hat die zippe mit dicken hammer ja der hat gleich schmerztabletten bei für morgen danach er hat ein paar renn sammeln bei verweste mutter hatte nichts bei da ist muss ich da muss ich gucken natürlich kein honig drin war ja klar so wie viel eisen habe ich jetzt gar nix hier und ich habe ja gar nix hier warum habe ich dann kein ins test muss man die sanik ist ob ich gut die helfe von meinen reinigen müssen ich habe noch sechs tasche sechs honig vier antibiotika er hat natürlich ist an die würdigen hat im öko und mit dreier eisenspitze da kann ich mit der baseballschläger bauen 17 teile brauche ich das ist jetzt wann sie sind da naja wir hatten ja schon 15 du brauchst nur nicht benutzen oder ich bauen und du kannst du vom kopf kriegen und bisher so wieder dabei du hast die mac bush schon auch wenn es nur ein 1er ist kannst dann auch denn dass ich den noch bauen kann bevor los geht heute nacht das macht doch los hast du schon hast du schon hingelegt das ist eine kiste schon hallo so nach woher soll ich wissen dass du schon wieder zu hause warst das habe ich dir doch gesagt habe ich eigentlich hier das buch schon hier ruhig wo ich dings kann dann hätte ich gerne einem feuer mod gucken dass ich mir einen notausgang den weg wurde ich nehme das schrocken jetzt ist sie hier runtergefallen genau das ist es jetzt keine so hoch ja mp5 und wir brauchen ein was brauchst du die zahnspange die bergbahnbauplan naja dann geh doch mal ne dann suchen wir doch mal ich mach nischt anderes nein das schnelle die kloppe ist ja nicht drin ist hier laut hauptsache baseball schliga motzscher nein das habe ich den bücherschrank weggekloppen in der bläden kuh da war sie bestimmt drin das wäre ihr preis gewesen oh nein okay gut ich habe jetzt gesagt es bricht alles ein und ich werde erschlagen in welcher waren das in welcher alpha wo du buddeln konzert wo dir nichts passiert ist 15 16 da braucht es auf keine statik achten ich höre schon wieder schreien hat wirklich manchmal dass ich fühle dass der die hier noch irgendwie vergessen hat rein zu und machen tun nicht oh alter na sag mal noch so eine mutti ein erdbohrer Fünfer! Ja! Ja! Ich kann buddeln, buddeln, buddeln! Ganz ganz der Wehr buddelt noch so später im Baggerloch. Das ist der Gubner. Gute Baumaschine noch. Wieder so. Perian. Antipotika. Scheiß. Der eh nicht. Wieder Pappel-Party-Piepelin. Verband ins Kasten. Stahlstuhl zu legen. Oh, ich hab Hunger und Dorscht. Der ist damals. Ja, hab ich überhaupt noch zu essen. Ja. Oh ja, ich hab nur noch 50 essen. Tja, pick-up zugehören. Und trinken. Stahlspitzsacker, hast du eine? Ja, eine Vierer. Okay, dann kann ich die zerlegen. So, und in eine Minute muss ich kacken gehen. Ich seh schon wieder, was kommt hier. Noch ein Laserbike. Ey, das gibt's doch ja auch nicht. Alter. Alter. Essen, bevor... Mann, mach doch. Ach, die haben bestimmt einen Autostock, noch die Ochsen. Meine Fasse. Jetzt reicht's. Ich muss hier erstmal hinlegen. Geholsorgen. Wo sind die Puppet... Puppet-People nebenhin? Ich mein Loch gefallen, ne? Hallo? Also... Polizistin mit Schlagstock. Ne, die war von der Post, die war verkleidet. Kennst du die? Ja, 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 ja. Also, warum, wenn's was, wenn's was geheimes Versteck ist, dann kenn ich's vielleicht nicht, aber... Ich kenn die. War hier schon, äh, so im Singleplayer, also bei mir alleine war ich schon mal drin. Ach, das ist ja auch eh noch hingefallen, guck mal. Wo bin mit den Pisten? Mann. Konig. So, wo da war mein Ausgang. Oh, von India. Ich... 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 Erste Anzahndung wird noch werden, da oben in die neue Bsmann Scheißerslay einzubauen. Ja. Ja, gut, noch können wir ja rübergehen. Sag mal, war hier große Veranstaltung oder wo kommen die ganzen Party Peoples her? Oh, und alle lassen so einen gelben Sack fallen. Oh, geil. Da oben oder was? Ich hab keine Lust mehr hier. Das ist ja schon 15 Uhr. Ist ja bald Hordennacht. Weil, das ist ja bald. Nein, das ist ja bald. Nein, das ist ja bald. Nein, die Tür vom Raum. Hier hoch, wa? Bestimmt hier. Wie viel Eisen habe ich denn? Ah, hier. Ach, die kenn ich ja. Das wollte ich nicht gewusst. Ich mach noch ein bisschen. Dahinter ohne welche? Ich weiß es nicht. Bis. Ich. Oh, schwierige Platz. Rechts durch, ja. Ach, hier ist auch Nitrat auch drin, siehst du. Donnerhof. Donnerhof. Leih drin, Nitrat drin, Eisen. Multi, Multi-Round. Was ist das? Mine. Ja? Aber die Dings konnte ich ja alles abbauen. Achso, wo war jetzt mein Ausgang? Da ist mein Ausgang. Gut. Bumm, wird ja geschehen, warte. Rein hacken. Oh. Da muss man kommen. Äh. Wird's nicht raus. Kassen. Kann ich auch das raus? Ja, das ist mein Haus, ist ja gleich in vorne. Achso, warte, ich hab was vergessen. Ganze Zeit. Schimpf. Oh. Oh. Kann der nehmen ja ein Schimpfen mit mir. Das ist nicht hier eigentlich. Wieso? Schimpfe doch nicht mit mir. Nö, auch hoch. Niemals nicht. Niemals. Niemals. Dehydriert. Ich hab auch immer noch Hunger und Durst. Äh. Hab ich noch die Büchse. Bisschen Thunfisch. Ne Thunfisch kann man benutzen. Das kann man ja. Oh, eine Dose Birnen ist doch auch nicht schlecht. Oh. Oh. So. Ein Stück Thunfisch. Ein. Einmal ein Bücher wieder. Ja, aber bitte fürs richtige Buch. Und Ödland 5 hätte ich gerne. Ja, hab ich schon immer geguckt. Ich hab hier so einen Haufen Ödland-Bücher gekriegt, aber... Passt schon nicht mehr rein. Das ist mir immer noch den Scheiß machen. Machst du jetzt erstmal hier bei Quest mit rein. Wo warst du rein? Na, bei Quest mit rein. Okay. Ja, ich komm gleich nach Hause. Ich gucke gleich, weil wir noch den Wiesboschläger bauen und ein bisschen zu modden. Warten wir mal rein. Ah, ja. Der Wiesboschläger wird meine erste Mod sein, mein erster Ding, was ich farbig mache. Ja. Ja. Hier ist schön viel Eisen drin. In der... Pick-Up-Fahrgestell, Pick-Up zu den Pick-Up können wir uns bestimmt schon bauen. Da muss man ein paar Räder dran schrauben und so. Da haben wir schon drei Glaseball. Ne, nicht der Legendäre. Ne, nicht der Legendäre. Aber du kannst einen normalen Beßbauschläger bauen und einen Eisenbeßbauschläger. Ja. Aluminium-Beßbauschläger und Beßbauschläger. Ne, hier sind wir gar nicht so. Also die normalen so und ich weiß nicht, ob ich den in welcher Werkbank ich die bauen kann. Ähm. Weil dadurch das alles freigeschalten ist... Ja, werde ich gleich sehen, ich gehe gleich nach Hause. So. Ähm. So. Ähm. Zwei. Nur das Werkmesser? Immer nur? Also ich habe eine Zeit lang in der... den Speer immer genommen. Ja. Fand ich ganz gut. Dann kam der Beßbauschläger und den Beßbauschläger habe ich benutzt mit einer Feuermod. Fand ich total geil. Schon mal alleine, weil ich im Dunkeln immer eine Mod bei hatte. Ne, vergiss das. Vergiss das. Also hier, die Dings hier finde ich gar nicht, die Machete finde ich gar nicht so toll. Ich habe einen Messbecher hier vorhin, falls wir noch eine Chemiestation bauen müssen. Ja. Einen Messbecher haben wir ein paar. Sechs Stück an der Kiste. Und naja, Pfeil und Bogen. Pff. Magbo, ja. Oder den neuen, den ich bestimmt erst wieder kriege, wenn ich Level 299 bin. Den neuen Bogen, den er in der neuen Version mit eingebaut hat. Weiß er ja noch nicht. Zehn Schuss, Magazin, 20 Schuss. Ich habe gesagt, bitte, bitte 20. Bitte, bitte 20. Bitte, bitte 20. Ich habe versucht zu suggerieren, aber ich weiß nicht, ob das bei Memo angekommen ist. Warte mal, ich wollte ja mal. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Guten Tag. Der Gerät hier. So, jetzt werde ich erstmal hier überall Eisen reintun. Hier Eisen. Guck mal meinen Dicken an. Nee, iiii. Ohhhh. 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 Hat uns einer mal gesagt. Witz mein, mein... Ne? Ich will es jetzt nicht wiederholen, weil es hört sich irgendwie falsch an. Ohhhh. Warum sind denn hier Steine drinnen, die manchmal raus sind. 25 Steine ausgebraten. Ja, und ich mach hier mal so. Ach, Mann. Ich will Lehm. Hier. Und hier Lehm. Und hier Lehm. Und noch Eisen. Ich will Lehm mal. Hier. Und hier Lehm. Und hier Lehm. Ach. Achso, trinken Sie. Und dann mache ich mich erstmal näher. Achso, ich wollte ein Kakaus bauen. Toi. Nette. Wassereimer. Ja, genau. Achso. Ich will mit Eilen. Wir haben... Das... Hmmmm. Ja, ich will mit Eilen. Ich will mit Eilen. Ich will mit Eilen. Was ich nicht brauche. Ja, ich will. Und da meine... Ja. Ich will mit Eilen. Ja. Ja. wo sind die anderen baseballschläger teile also hast du welche gefunden und es sind jetzt insgesamt 20 habe ich gesagt nein du hast gesagt 20 baseballschläger teile ich habe ja das 20 gefunden nein wir haben jetzt 20 baseballschläger teile nein nein jens stand hier und ja ist gut ab jetzt genauso erst dann war das genauso habe ich dir einmal was auf den kopf kippen ich habe mir das heute angehört das war auch nicht so was war nicht so da oben da oben da oben willst du das kackhaus umsetzen gehen nein naja ist es wieder falsch ich will in ruhe kacken können also bitte kannst du doch denn sie zu wurde damit vernünftig ist ja scheiße ist wie willst du den raum hier machen eigentlich ach so wir haben ja sagen wir können ja vielleicht noch nach oben ja vor allem immer noch ein rückenterock da ist ja ich habe es nachher nicht gelesen da war ich wohl schon hier oben ja geht gleich der dunst ein bisschen weg ist dumm natürlich wenn ein geier kommt du bist am kranken ja hier unten soll doch die werkstatt rein oder nicht wo wo ist denn bei dir unten was unten du hast gesagt unten soll doch die werkstatt ja hier den raum baut baut hast und ganz unten wohl kaum naja oben drauf sollen haben wir gestern gesprochen wir werten das auf und dann machen wir die farmplots drauf ja ganz oben ja nach na ich noch eine etage haben wir nicht ja deswegen sage ich wo soll ich das klo denn schon hier unten also du hast ja die horde seite und auf der anderen seite hast du den raum wo die wurde ja nicht auf der horde seite stell dir vor du schießt und ich muss kacken oder was da kannst du beim kacken verteidigen ist doch gut das ist aber schießen du hast da den raum wo der generator und die batterie bank drin ist da kommt noch die kann ja da rein da soll alles rein habe ich gar mal gestern gesprungen hat gesagt was machen wir nun wo wollen man schlafen habe ich noch gefragt machen wir alle hier in diesem raum das passt doch nicht alles rein oder das war ja meine frage ich schätze sie können wir wieder abreisen deswegen hatten wir doch gesagt du hast aber gesprochen auch ob man noch höher bauen kann vielleicht höher bauen auf der feld ich weiß was ich nehme jetzt eine bombe und sprengen das ding in der luft hier dann ja macht es wird ab selber im killen richtig ist da meine maschine wer auf der scheiße aus und räum es dabei auf die sollte unmöglich was denn die ja hab sie schon mit meinen blanken händen erwürgt verletzt mäuschen die weg was mich nicht an ich kann ihn alle warum kann ich in aluminium hast du das buch nein es ist ja es ist die werkbank jetzt ist diese andere werkbank die erweiterte da kann man hier drinnen doch normalen kann ich bauen den kann ich im inventar machen ja siehst du hast du doch hier drei milliarden so okay das habe ich nicht immer wieder und holzleder und stammt mal in ich doch das ist so schade naja was wir mal machen so ja damit alle denken ich bin zu blöde ich bin höflich bist du weißt ich weiß das gewittert siehst du böse bist ach so wollen wir da drüben Tourette oder so hinstellen vier stück kann ich rein machen ach guck mal ich kann nur entweder das oder das ok und wenn ich so unten hinstelle machen wir kommen die rennen bei die vorbeige interessieren sich normalerweise nicht hier durchs aber ich kann sie nicht nachladen schrottet die rüstung bei kontakt kann schrottet die rüstung bei kontakt 20 prozent chance schalen und 40 kraft anfangen fügt ein nahrbereich schadenschein beim halten das bilder kann ja nicht verstehen ja dann will ich die hier so das ist ein trick nicht vergessen ja und kacken hatten wir vorher auch so was wollte ich nur reicht die bachete wirklich jetzt nicht anlegt probiert erst mal aus das macht er doch besser ich weiß ja nicht wie hier der schick oder hier mit dem wiesbos schläger noch nicht erarbeitet und dann sucht ihr doch mal was sieht gut aus mit dem ding da oben drauf ich bin infiziert mein honig hat war gar kein honig schädiger kochtopf doch irgendwie sieht es aus wie so ein stäbchen vom mixer da ist ein eintopf da kannst du essen hier guten fläsch eintopf machen ich habe gekocht ich kann es noch mal nachrühren wenn du willst mit dem klo so halb acht ich gehe gleich rüber weil ich will ja sowieso aufwerten ich mache jetzt noch ein bisschen stahl genau heute geht es los so die die molotovs noch mal hier in die geschlöpfe brauchen da Eh? Stimme. Ja, ne. Ja, so chemische Wände, so chinesische Wände. Wie heißen die Pavillons-Dinger hier? Die Ziehharmonika-Trennwände? Spanische? Wie ist denn die? Spanische ist ja so ein kleines Ding. Die wären ja nicht schlecht hier, wa? Dass man das hier hätte ums Klo gehen. Meine Hände waschen Corona, ist doch alles egal. Nein, auch mal doch nicht. Endlich eine Tuivette, ich guck's mir doch mal an, ich geh da hin. Schon wieder an? Schon wieder an. Was aber natürlich gut ist, dass die Strippen hier, die Elektro Strippen, haben, dass man da nicht drüber fällt. Schau mal vor, da müsstest du jetzt noch drüber steigen. Hehehehe. Frieseln aufs Maul. Hehehehe. Höhe! Oh! 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 Das ist doch hinter der Dom punkt! Ah, Beweglichkeit, genau. Achso, ja, wir können ja mal gucken, noch ein paar... Ich hab ja noch 83 Punkte zu verteilen. Echt? Ja. Ich hab nur 36. Ich weiß nicht, du cheatest doch, oder? Nee, aber ich hab doch ein viel höheres Level. So, haben wir hier alles. Was bausten ab? Spülen. Haben wir schon, warum haben wir noch keine HD? Ach, da kann man bestimmt auch mal einen anderen. Bestimmt. Mach doch XP-Boost rein, hast du drinnen? Kannst auch skillen. Nee, 0,5, stimmt. Ich mach mal charismatischer Auftritt noch ein bisschen. Hab ich jetzt voll gemacht. Plus zwei Standhaftigkeit und Beweglichkeit kriegst du jetzt, wenn du in meiner Nähe bist. Anders. Warte mal, ich muss doch... Pummel-Petel-Petel... Nee, warte mal. Das sind das hier. Oh, smartisch hab ich jetzt voll. Ja, hm, 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 hm. Ich war hier schon drin. So. Ja, das ist auch gut. So. Ja, das ist auch gut. Nischt. 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 Vielleicht treffe ich ja dann ein bisschen mehr. Und hab mal Maschinengewehr hier. Ist, ist, ist gut. Ja, was ist denn da eigentlich? Äh... 5.5, alles gut. Ach so, ich schieße rein, die hab ich alle auch schon bollert. Ah. 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 Was ist das hier eigentlich? Sind hier eigentlich keine Köpfe? Ja genau, die Schönigkeit hier. Sprengmeister. Da, hörst du schreien? Wie möchtest du schreien? Hast du nicht schreien hier? Nein. Weg hier, bring mir aus. Da kommen sie. Oh, so schnell. Und das mal hier mein Maustreff und so? Oh. Wo ging es hier? Ja. Was ist denn hier los? Und wir rennen hier so viele Zornbioten rum. Die Vorrohr oder was? Keine Ahnung. Scheint so. Hüah! Hexe. Alter Kacke. Geht hier ab. Fetzt doch noch nicht. Wett mal ruhig ey. Was soll das? Ordnung, Rene. Und ein Haufen Party Peoples. Und ein Haufen Party Peoples. Ja. Bis drüber zur Base Peoples. So. Weg hier. Home Run. Ja genau. Der ist auch eben geflogen. Ganz schön weit. Der Ene, der war aber wirklich hier. Von der hier bis fast rüber zu anderen Base. Oh, es ist ja Party Tante. Ein auch mal das. Und ein Punkt, äh, Party Tante. Na denn. Ähm, halt. Sonst geht's, ähm. Was ist denn? Es gibt nur gelbe Säcke. Ja, ich muss auch mal. Hey, hey, na! Scheiße, scheiße, falsche Tasse! Ich bin auf den Tapptasten. Halt mal hier! Was? Naja, ich hätte Molotow schmeißen können. Ja, ich logge sie hin am besten, ne? So, ich werde mal hochkommen. Ähm, genau. Direktor Teroca schreibt, ich verstehe die ganze Aufregung wegen Corona nicht. Wenn es made in China ist, hält es ja nur drei Monate. Ja, das stand bei Facebook auch. So, ähm... Es gibt fast 200.000 Influenza-Infizierte in diesem Winter in Deutschland. Und 2000 sind an Influenza schon gestorben. Prost! Laut, laut, äh... ist es ja nichts hier. Gesundheit-Fuzzis da. Und Corona haben wir knapp 500 oder 700 Infizierte. Noch gehen Toten, aber da machen sie so ein Arsch aufreißen. So, dann wollen wir mal schauen, was sie gebastelt hat. Ach so. Licht ist an? Ja. Nee. Nee. Ja, doch. Aber ich muss mal die Dings mit auf... Licht ist nicht... Da ist es an. Jetzt ist an, ja. Ja. Da ist auch schön. War das andere Roman, oder? Da ist Spider. So war alle. So war alle. So war alle. Molotovs sind gut für mich, der braucht nicht so Zielen. Da kann ich großflächig schräsen. Das ist gut für mich. Das ist gut. Und gleich kommt noch die Party-Kracher. Welche? Ja, wollte ich gerade fragen, welche. Nein, 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 nein. Bomber, Spucker und noch überraschende Gänze. Da war jetzt schon einige da, ne? Ich habe bestimmt nur 10 FPS oder auch so. Ja, bei mir ist es immer 20, 30. Oh! Machen wir ein Foto! Machen wir ein Foto! Kann ja nicht, warte mal. Ne, so lange kann ich nicht warten. Alles gut. Dann immer noch! Hast du Wasser getrunken? Ja. 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 Ja! あります für die Red hired. Ja. 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 So. Geh du kräg, du Mist-Sau. Kann ich den irgendwie abbrechen hier und schmeißen? Drück mal R zum Nachladen. Ich glaube, der hält sich schmissen. Die schönen Säcke, ey. Ja, ne. Da war bestimmt die Bergbank drinne. Geh noch mal kurz zu stellen. Nee, ich würd' ja sagen, du bist Kappa hier. Nee, 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 ich hab auch da ist. Ach, wo, lass mal. Kann der Schärf machen. Ach, ne, 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 ne. Ah, ne, 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 ne. Gut, geil. Nichts. Ich gehe weiterfeste. Na, 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 ich schiefe die Neula. Ach, na. Ach. Rieber Mann. ja noch und komischen wasser und die verpixelten und die Feuerspucker und die Waffe ist kaputt und wir machen mal reparieren da, siehste? ganz hoch wo kam denn das her? war das der Polizist? da! ja 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 Arschloch großer kaum von dir redet, wa? ja du hast manchmal irgendwie was vor den lassen hier klar deswegen ist er auf den Discord gegangen damit da, damit wir sein lachen können ja genau ja, hab ich extra da hat der Drecksau bestimmt ich hab mich schmissen in dem Moment hat der gespuckt kann sein die durchsichtige Schreierin fehlt nur die durchsichtige? ja oh, alter ey ich brenne die weit auf dem Film ja ich brenne die weit aufm Pels oh, oh... hmmm... ich breite weit aufm Pels oh... ooooh... lalala das Loch ist zu klein für sichtfeld ja man hätte ja hier noch mit Bluke ja damit es noch größer ist das Fuß durchschweigen kann hh 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 hrebsschweigen hh hh Hau den Wasser Oh, ich muss mich erst mal heilen, ey. Guck an. Ja, ja, ich sehe schon. Der Pisskopf. Hat die Hunde geschossen. So, Clip vom Grillanzünder. Schau, lieber. Ist das schnell. Ja, toll, toll. Ja, hier, Spucker. Ich muss mich da her, ich muss mich da her, ne? Wenn du hier die Show einladen machst, kann ich ja genau was. Wie schön gelb im Sekt. Alter, die verschwinden noch über gleich, die Spucker, ne? Wenn ich die Magazin lebe, das sind die, wenn die fortverschwinden. Na, schnell abpassen. Aber kannst du dich erinnern an die erste Hordennacht, die wir in dem andern, in der andern Mordtaten? Und wir gehen in den ersten 30 Sekunden schon verreckt, weil ich durchs Loch gefallen bin. Oh, an dem hohen Haus da, was sind immer mehr Abhörer sind, ja. Ja, ja, ja. Boah, bei mir lag das gerade, wie Sau. Ja, warum eigentlich, ne? Na ja, durch das Spawn wahrscheinlich, ne? Von dem Viechern. Ich schieße in Zeitlupe gerade. Mach mal an, wie viel. Sieben FPS habe ich. Echt? Jetzt habe ich 35 wieder. Jetzt ist er an. Nee, nee, ich habe sie aus. Jetzt ist er an. Was denn? Äh, Taroctas fragt, ob ich meine Heldenlampe noch einhabe. Jens hat seine angehabt. Ich habe sie aus. Oh. 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 Oh, wie soll man die nicht anhaben? Ist das nicht gut, wenn die anhaben? Das ist so eine schlechte FPS, oder was? Achso, die frisst du auch, ja. Weiß ich nicht, habe ich ihn noch eh in den ersten Sekunden. Nee, sag, äh, so drei Taroctas. Nee, wegen FPS. Achso. Dann soll ich ihn ja. Aber ich habe trotzdem jetzt noch. Ich weiß nicht. Ich habe sie ausgemacht. Jens hat ja die schönen, die schönen. Wahrscheinlich darf man nicht mehr. Vielleicht immer für uns. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich guck mal, die Innenluke ist kaputt. Was? Und die Spucker, oder? Keine Ahnung. Und die ist anzündet, oder? Ja, klar. War klar. Weggeschmolzen. Ja, genau. Wir haben hier, äh, Postzentrum. Nicht PIN AG, sondern Postzentrum. Da war schon wieder kaputt. Das ist ein Drecksack. Ganz aufgeregt sind sie, ne? Guck mal. Oh, jetzt kannst du looten gehen. Nee, danke. Du bist doch immer der Geier. Kannst gerne gehen. Ich bin nicht mehr der Geier. Du kannst ja runter gehen, gib dir Feuerschutz. Ja. Das Tier wird nach. Ich staue nicht, aber ich schaue nicht hier eine Geier. Mal gucken. Das ist erst 2 Uhr, also. Die kommen aber zum Schluss irgendwann, ne? Bisschen Zeit ist ja... Och, och. Wo ist er denn? Aber noch immer wieder. Jetzt steht er mal schnell. geh mal vorne da der zweite da ist die werkbank die manchen unter den sack sagst du gerade redest du gerade was ich höre gerade das habe ich hier so einen pfeifen im oren wie ein chinito oder so ja darauf warte ich eigentlich lang Dass ich durchfalle? Ja. Ich bin kaputt. Das ist nicht beinahe weg. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Was? Irgendwas? Kacke geschmissen? Nee, war ein Spucker. So. Ach, ihr. Liegt's. Was? Irgendwas? Liegt's. Ich meine, die sehen doch, wie ihre Kollegen hier von uns gemetzelt werden. Warum kommen die trotzdem alle hierher? Oh, hier ist er irgendwo hier noch. Spucker a, pascal there's a thing Bucke! Ja! Hier? Ah! Ich kann ihn! In! Ja! Verstehen wir auch nicht! Was denn? Dass noch dem Boss zornig da war! Ah! Wir müssen mal ins Verstrahlende einen eilen! Verstehen! Guck mal doch jetzt mal... also... hier nach jetzt mal gehen! Ja! Morgen oder so! Ah, wir sind tollen B-Follpfleger! Geh doch mal runter, drüben doch mal mit dem Ding richtig! Zeig doch mal was der kann! Schützt du mich? Natürlich! Ich geh kacken! So, die T-Rocktas, mach mal hier... kannst du Clip anmachen jetzt, ne? Wenn du noch treffen solltest, war's! Was? Oh, oh! 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 Das Selbstmordkommando ist wieder unten! Spucker? Irgendwo! Ach komm da! Ach so, bist du ja! Ich seh gar nichts mehr! Ich bin hier... das leckt bei mir so! Ich seh gar nichts mehr! Irgendwo ist Spucker wieder da! Komm da! Ach guck mal! Kann er wieder nicht... Kann er wieder nicht ertragen, ne? Ich schieße ja nur! Ich tue nur die Beschützten, weil kannst du die Säcke aufmachen? So bin ich! Bin der Mann hier! Was, ne? Die kann gar nichts, weil es bei mir so leckt... Echt? Hier braucht noch einer! Oh, wo ist sie da? Wo ist sie da? Spucker hier! Also ist echt gewöhnungsbedürftig mit dem... Das Beispiel... Bei Magna Schinka ist kaputt! Guten Morgen! Woo! Ich hab Alkohol gekriegt! Ah Mann! Wie viele gelbe Säcke sind uns durch den Lappen gegangen? Ja! Einige! Bei mir ist gerade eben einer... Oh, ich hab'n... Ich hab'n... Einen Helm... Bauarbeiterhelm... Yeah! Ein Blasebalg! Hier sind auch noch welche! Hey! Hey! Ja, die, siehste... Party People hatte hier ein Buch bei... Oh, was ist denn nun? Hat er hier die Konsole offen? Wie viel Mochofleisch das ist ja, was? Eigentlich! Wäre! Ja! Der hat ein Bier wohl! Was ist denn? Was? Ich hör'n ja auch gerade! Ey! Ein 1er Holzknüppel! Im Ernst! Oh, Level Up! Hier! Also, ich kann jetzt, äh... eine Magnum bauen! Ja, die hab' ich auch schon gefunden! Und was war das andere? Das hab' ich schon! Und... Metallstachel-Mod! Oh! Das hat noch eine Runde des Zombies, um mit dem Rührgerät... No! Oh! Oh! Oh, mein dicker Kater liegt sich gerade... hier und drückt, drückt, Tastert die Knöpfe. Äh, Bayerah, das ist doof! 11 fps und jetzt noch 30 40 jetzt nicht jetzt ist 46 so aber ich mache hier nicht mehr heute bringt sowieso eine speichert schon wieder die muschel liegen naja dann gehen wir morgen mal ein bisschen ist nicht zerstört das gebiet mal latschen oder fahren wir sind ja motorisiert vielleicht finden wir ja da eine werkbank schematik im metallwerk war also die erweiterte sind ja mehrere städte glaube ich gewesen naja steht das übertrieben naja aber ein paar häuser ansammlung ja naja und dadurch ist ja noch nicht radioaktiv verseucht das brauchen wir ja auch keine den schweren klamotten aber das ist halt auch so was das habe ich das ist auch so was mit dem bereitz ist dass du wirklich diesen anzug vorst um da rein zu gehen ja ja auch richtig so für dich ja gut machen ja genau memo machen wir wollen ja ich will wir sind freudig erregt da drauf so dann ja einen schönen abend noch eine gute nacht genau bis morgen bis morgen tschau 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 tschau